Jey! Gib 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 Gib! AHHHHH! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Multiplayer vs. heißt es. Ein Mitglied vom Team Multiplayer spielt gegen ein anderes Mitglied vom Team Multiplayer. In dem Fall sind es TKW und ich. David O. So, ich halte jetzt was fest. Ich opte mich jetzt als David. Boah, alter Kras. Nee, hast du nicht gemacht. Ich möchte nicht nur David und auch nicht David O. Genau, weil ich möchte David genannt. Ja? Ja, bitte. Weil David, kannst du vergessen. David O. ist noch okay, aber am liebsten David. Einfach nur David. Danke. Darf man loslaufen? Nein, noch nicht. Ähm, ja. Es kann auch sein, dass es mal 2 gegen 2 gibt. Jetzt ist es 1 vs. 1. Vorausgesetzt wir finden ein Spiel, was wir alle 4 haben. Ja. Ähm. Oder jemand kann das Geld für das andere Spiel auch. Ist ja egal. Ähm. Wir spielen Superjump. Ja, damit fangen wir jetzt mal an. Also es wird jedes Mal ein anderes Spiel geben. Best of 3. Wer es erstes 2 gewonnen hat, gewinnt das Match und bekommt einen Punkt. Das wird sich über mehrere Folgen ziehen natürlich. Genau. Multiplayer vs. Nicht dieses. Dieses. Ja. Der Spielmodus. 3, 2, 1. Wir können loslaufen. Okay. Alles klar. Wir haben jetzt hier direkt mal beim ersten Sprung gefehlt. Hä? Wieso? Wieso? Alter schon wieder. Wieso kannst du den ersten Sprung? Du kannst doch lange Sprünge nicht. Ja. Jetzt packe ich aufs nicht mehr. Ich komme da nicht mehr drauf. Äh. Überhaupt nicht drauf. Ach du Kacke. Das ist nicht machbar. Ähm. Ach scheiße. Bei solchen, äh. Bei solchen linearen Maps ist da Distanz-Counter ganz, ganz nice. Muss ich sagen. Ach komm. Nein, Leute. Endlich habe ich diesen Schack... Die... Was? Diesen Sprung geschafft. Jetzt haben wir unser Abwechsel. Voll gemacht. Scam-Ganesha. Endlich. Genau. Wir haben jetzt hier auf der... Also wir fangen jetzt mal... Gibt's nun hier? Hm. Ich... Erst einfach mal... Bitte bitte! Nein! Momentan gibt's noch eine Sicht, nämlich die vom... Ganesha. Genau. Das wird sich aber auch noch ändern, aber der David hatte gerade keine Möglichkeit, aufzunehmen. Ja. Er ist zu inkompetent dafür. Ja. Wie kann ich eigentlich, wenn ich Steuerung drücke, wenn ich mit Steuerung springte, ja? Wie kann ich da den Wobbel... Na wie heißt der... Den... Schicken... Wie hieß denn der... Dieses Gelaufe? Ja. Hä? Meinst du den Guru Sprung? Guru Sprung, dann. He. Ich verzweifle gerade schon wieder am ersten Sprung. Ah, geht doch. Ja. He. Ey, das ist doch... Also es gibt zwei Sprünge, an denen ich immer faile. sonst weiß das zum einen der erste zu anderen dieser hier. Ich probier den jetzt mal von hier unten nach nee ey na ich hoffe man hört meine Tastatur in der Aufnahme nicht zu laut ansonsten Entschuldigung Entschuldigung vielmals kann sich leider nicht ändern weil meine Tastatur ist sehr laut was natürlich auch zum Multiplayer vs. passt ist 60 Dueller reloaded die das ist voll die gute Idee da machen wir auf jeden Fall nachdem er das erste Mal gewonnen hast ja weil ich total rückblickend bin und ich hab das nicht gewonnen sondern du hast aufgegeben echt hab ich auch hin? ja ich hab das nicht fertig gespielt du bist einfach ausgerastet und gelieft doch ich glaub schon dass wir also wir haben die Mecken also 1 bis 20 haben wir gespielt ja danach haben wir es haben wir es fertig gespielt ich weiß es gar nicht mehr ich meine ich bin ausgerastet ich bin ja wieder zurückkommt okay das kann natürlich sein ich hab ich hatte das aber so in der ja ich bin halt ich bin halt nicht so ein flitzer wie du ich hab hier tatsächlich auch schon den ersten ich nenne es erstmal Checkpoint weil hier kann man nicht mehr runterfallen jetzt also nicht mehr ganz runterfallen hab ich tatsächlich erreicht und da ist schon der erste richtige Checkpoint oder? hab ich es geschafft? ja ich hab gewonnen! geil! das bedeutet ja gg das war's bis zum nächsten Mal ja wir gehen jetzt in die nächste Map rein und entweder gewinne ich diese Map und ich komm dann war's das für euch ja danke bist du schon hä? sei einfach dran war ja richtig lange Folge okay ich würd sagen wir versuchen jetzt erstmal da wieder hoch zu kommen und ich mach die Soundeffekte wenn du schneidest ja hä? na da kommt doch immer dieses man macht doch immer so und dann filmt irgendwer in irgendein Arschloch rein und in irgendwelche Eier oder sowas was zur Hölle alter? und dann machst du ja komm lieber mal hier hoch und sei leise nun sehen wir wieder falls es überhaupt nen Cut gegeben hat es ist jetzt einfach leise ey direkt los ne? ey ich sag mir jetzt nichts warum nicht? alles ok alles ok alles ok alles ok alles ok alles ok all 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 na dann ist sehr gut alles im Lot lol ähm wie möchtest du sagen? first fight äh ja ich bin auch noch nicht runter gefallen aber das kam tatsächlich unerwartet und das ging schnell ja alles klar ja alles klar alles klar hoffentlich ist das ne anspruchsvolle ne anspruchsvollere Map weil da verkackt der David immer so jetzt umgeb ich jetzt auch mal ein bisschen Gas das ich will ja nicht mit mir nein ach nö das ist mein jetzt hab ich voll ne ja du bist auch immer runter gefallen das ist das ist mein ne Chance guck schon ich hätte nicht stehen bleiben dürfen fall runter jetzt das ist doch ich habe doch gesagt wenn wir das dann aufnehmen gewinnst du nur noch müsste mich wissen vorher schon ein paar runden eingespielt hat er keine chance was eine scheiße ich glaube sagt wir sind bei zehn minuten also david hat gewonnen 3 zu 2 und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss ein punkt an david fertig aus war das motiviert